Einer der schönsten Momente ist immer, wenn die Kunden mir aus den Ferien ein Foto schicken und mir sagen, es ist alles so gut und wir geniessen es so fest. Mein Name ist Nadja Skaggy und ich arbeite als Freelancerin bei Dirtouristik Suisse. Dass ich meine Freizeite so selber gestalten kann, finde ich ein enormes Glück, weil ich zum Beispiel am Morgen aufstehen, aus dem Fenster schauen kann und dann merke ich, ah, jetzt regnet es gerade nicht, dann gehe ich jetzt joggen und arbeite dafür später oder am Abend oder auch umgekehrt. Wenn jemand sich zum Beispiel anmelde für ein Beratungsspräch, eine Freundin von mir, die vorbeikommt, dann schaue ich, dass ich das mir einrichten kann und vertage dafür das Joggen auf eine andere Zeit. Meine Beratungstermine, die störe ich mich natürlich selber ein wenig. Das ist auch schon vorgekommen, dass ich im Fitness eine halbe Stunde vorher mit einer Kollegin abgemacht habe, habe ihr Katalogie gebracht und habe ein paar Sachen erzählt, die sie wissen will. Und ich arbeite dann im Hintergrund ihre Offerten zum Beispiel aus. Oder ich mache zu einem Kaffee bei mir zu Hause, wenn sie Nachbarn sind, sie kommen zu mir und wir verbinden das eigentlich immer mit sozialen Kontakten und ein bisschen gemütlichem Zusammensein. Also meine Kunden, die habe ich mir letzten Endes ja selber auslesen können. Ich kenne all meine Kunden persönlich. Viele davon sind ganz, ganz nahe Freunde. Und das ist für mich ein enormer Vorteil und eine Bereicherung, weil die ganze Arbeit basiert auf Vertrauen. Es ist immer ein Gehen und ein Nehen und man ist ja auch mal so richtig Feuer und Flammen, dass man für jemanden so coole Tage im Jahr organisieren darf. Und man will es einfach nur ungutmachen. Für mich ist die Quoni und die Eertouristik einer der absolut professionellsten Firmen. Sie sind sensationell aufgestellt. Sie haben einen enormen Background und geniale Systeme. Und der Support, den sie einem gebt, wenn man ihn braucht, ist immer da. Die Infrastruktur, die die Firma mir zur Verfügung stellt, die macht mich mobil. Ich kann, egal wo ich bin, mich im System einloggen und kann dort arbeiten, wo ich gerade bin. Die Firma selber steht für mich immer noch für Schweizer Qualität. Sie ist bekannt und es erfüllt mich auch mit einem Stolz, dass ich sage, ich arbeite für die ganze Quoni-Gruppe mit dem Kopf der Touristik Suisse. Mein Geheimrezept für meinen Beruf als Freelancerin ist, ganz authentisch und ehrlich zu arbeiten und jede Reise so zusammenzustellen, als ob man selber gehen würde.